Dann ist die 9. AW verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden her bewegungsunfähig. Die Feindkräfte überschreiten unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Bestefeld, ganz Europa erobert. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert. Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rotten verteidigen. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen. Sie ist ohne Ehre! Mit der 20... ... ... ... ...